Und zum Schluss unserer Sendung jetzt eine Gruppe, wir sitzen alle im selben Boot, oder im gleichen Boot, sagt man in Deutsch, wie wir jetzt, alle erkältet. Es ist Genghis Khan! Prost! Die Kleopatra hat den großen Cäsar ganz klein gekriegt über Nacht und der Genghis Khan, ja, der hat in Wirklichkeit nur drei Kinder gemacht. Und der Schwing, der hat Strauß, und der Strauß, der hat schwingt, und ein Bulli in den Porto, oder? Ach, wäre, lieben wir ja, der Menschen, und einen da vermisst du, hey, hey, wir sitzen alle im selben Boot, la-di-la-di-oh, hey, wir sitzen alle im selben Boot, und la-di-la-di-oh, hey, wir sitzen alle im selben Boot, ja, der Kassier-Slay hat dich aus den Socken und Kuschophaut mit dem Schuh. Das Mauerblümchen bleibt ewig hocken, und der Heidl singt noch dazu. Und die Städte träumt vom ruhigen Land, und der Bauer träumt von der Stadt, Denn so ist nun mal, jeder will grad das haben, was der andere grad hat, hey, hey, hey. Wir sitzen alle im selben Boot, la-di-la-di-oh, hey, wir sitzen alle im selben Boot, la-di-la-di-oh, hey. Und die Kronen lesen, die lächeln doch noch, wenn uns längst das Lächeln vergeht. Und wir singen deutsch, auch wenn man in Deutschland heut lieber Englisch versteht. Und die alle spricht von Emanzipation, und der Pfarrer von Tölipat, Und das Ganze nennt es die Revolution, und jetzt haben wir den Zalara, hey, hey, hey. Wir sitzen alle im selben Boot, la-di-la-di-oh, 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 hey.